Dennis, ein begeisterter Jäger aus Buxtehude, betritt an einem Abend die örtliche Bar und prahlt vor allem, was für ein guter Jäger er ist. Dennis ist zweifellos ein guter Schütze, etwas, das alle Einheimischen wissen, doch an diesem Abend ist ein Jäger von außerhalb in der Bar. Er sagt zu Dennis, wenn du so ein guter Jäger bist, warum beweist du es dann nicht? Dennis nimmt einen kräftigen Schluck von seinem Bier und sagt, einverstanden, leg mir eine Augenbinde an und ich werde immer noch jedes Tierfell erkennen und dir sagen können, wie das Tier erlegt wurde. Für jedes Tier, das ich richtig erkenne, kaufst du mir ein weiteres Bier. Schlägst du ein? Der andere Jäger denkt, dass Dennis das niemals schaffen könnte, also stimmt er der Wette zu. Eine kleine Menschenmenge versammelt sich aufgeregt um ihn herum, um zu sehen, wie das ausgehen wird. Der Barkeeper legt Dennis eine Augenbinde an und sorgt dafür, dass sie festsitzt. Dann führen sie ihn zum ersten Tierfell. Nachdem er ein paar Momente lang gefühlt hat, verkündet er, Hirsch, erschossen mit einem Gewehr mit 30er Kaliber. Die Barbesucher sind erstaunt darüber, dass er recht hat. Ihm wird ein Glas Bier gereicht, das er sofort hinunterstürzt. Die Nacht hindurch beweist er immer wieder seine Fähigkeiten, jedes Mal gegen eine Runde Getränke. Schließlich taumelt er betrunken nach Hause und geht schlafen. Am nächsten Morgen steht er auf und sieht im Spiegel, dass er einen heftigen blauen Fleck hat. Er sagt zu seiner Frau, ich weiß, ich war gestern betrunken, aber nicht betrunken genug, um mich zu prügeln, um mich nicht daran zu erinnern. Woher bitte schön habe ich denn diesen blauen Fleck? Seine Frau antwortet wütend, den hab ich dir verpasst. Du bist ins Bett gekommen und hast deine Hand in mein Höschen gesteckt und dann hast du ein bisschen herumgefummelt und laut verkündet, Stinktier mit einer Axt erschlagen.